So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade in CS, wir haben gerade mit dem Crush an der Runde Danger Zone gezockt und ich habe gedacht, ich muss jetzt mal einfach aufnehmen starten, weil ich jetzt hier schon seit gefühlt dem Anfang des Games hier oben sitze, auf diesem Wasserturm und Crush hat gerade gemeint, so hoffentlich hast du aufgenommen. Ich so, nein. Da habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt einfach mal, weil es so vielleicht übel die Easy Win Runde wird, weil ich echt nichts mache, ich habe nichts gemacht, außer dass ich hochgeklettert bin. Ich habe noch einen Fallschirm, falls es brennt. Der liegt nämlich hier unten auf einer Zwischenszene. Zwischending. So, da drüben ist jetzt noch ein Squad oder einer und da... Die hinter dir kriegen jetzt die Zone ab, ja. Das sind noch zwei, die sitzen da aber auch schon die ganze Zeit so parallel zu mir. Das ist einfach in den Battle Royale Games, das meiste da hinten ist er, muss das sein, irgendwo. Ist einfach warten, Beine stillhalten und die anderen sich töten lassen. Bisschen traurig, aber so ist es halt. Ich habe, glaube ich, ein Megaglück mit der Zone. Da unten sind die zwei. Guck mal, die wird es jetzt natzen. Es guckt aber auch niemand hier oben. Ich könnte... Ja, ich mache nichts. Die sehen mich nicht, dann bin ich ein bisschen hier so. Ja, du hast so ein Zonenglück. Ja, man, echt so. Und die müssen sich jetzt hier biefen auf jeden Fall. Ich sehe jetzt nichts mehr. Wenn die hier hochkommen... Wo ist denn die Leiter? Es ist halt richtig ekelhaft. Einfach nur sitzen. Da sind die, da brennt es. Ach, die haben den Ding kaputt gemacht, den Torrent für die Munition. Was war das von der Nade? Soll ich noch ein bisschen runterflaschen? Oh, da kommt ein Missile. Holy shit, Alter. Oh, wenn jetzt hier eine Missile hier oben landet, das wäre natürlich krass. Oder hat einer Sprengstoff gelegt. Wo sind die denn? Da unten. Oh, kommt ja nicht hier hoch. Oh, da sind noch vier Gegner. Das hinten waren zwei, die dann unter der Tür fällt. Die sind jetzt hier, die könnten hochkommen. Die sagen so Sneaky Beaky, das ist ein guter Deal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ein bisschen Angst jetzt. Die Zone hat mich verlassen. Spring! Nein, nein, nein. Tod von oben. Tod von oben. Ich gehöre zu euch. Holy, bin ich langsam. ich habe ein bisschen langsamer machen müssen die zone macht gar nicht so viel der mensch ich habe ein bisschen langsamer spielen müssen jetzt wartet es landet gleich der tod von oben geile scheiße mann war witzig auf jeden fall was ist euer krasseste win bei den schluss und schreibt sie kommt da gibt ein daumen hoch etwas einschalten bis zum nächsten mal